Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Ja, nachdem in letzter Folge im Brawl das angefangen hat zu laggen wie Scheiße, habe ich auch herausgefunden, warum. Es lag wieder an meinem Xbox-Controller. Ich habe den mit USB am Rechner angeschlossen, ja. Und ich hatte das damals schon bei Abzu, dass nach einer Zeit irgendwie der PC angefangen hat, ultra krass zu ruckeln. Und das liegt wohl am Controller. Ich weiß nicht, warum. Ich muss dann das Kabel kurz rausziehen, wieder reinstecken. Danach ist alles wieder gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe Windows 10 und diesen Xbox-Controller für 44 Euro. Der ganz normale, nicht der Elite. Deswegen holen wir jetzt nochmal ein, zwei gegen zwei Match gegen Spieler nach. Ich habe gerade eben eins noch gespielt gegen Bots. Also mit jemandem zusammen gegen Bots. Und wir holen jetzt nochmal eins gegen Spieler nach. Und dann gucken wir mal, wie danach der vier gegen vier Modus aussieht, ja. Aber erst schauen wir uns nochmal ein zwei gegen zwei an. So. Wir sind wieder am Start mit der Wikingerfrau, würde ich sagen. Die haben wir ja schon auf Level 3. Und wir kämpfen gegen... Äh, fuck, ich habe einen Viking. Ach, du scheiße. Der ist ja zwölf. Ich bin ganz schockig, ich fick ja ein Nyckel, ich glaube, du wirst aldrig blüht valfusschit. What? What? Das ist ein Russer, oder was? Wie läuft das? Oh, shit. Hallo? Oh. Oh. Hallo, Finsam. Du wirst rülert. Alle herer Schatten, so ein Spieler, mehr Hörer. Hallo, Guys. It's me, Pukepei. Okay. Es ist, glaube ich, Englisch, was er da redet. Was ist denn mit ihm? Oh, Baby. Was ist denn los mit ihm? Alter Schwede. Na ja, mal gucken, was er so drauf hat. So. Ein Samurai. Ja, gerne doch. Ei, 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 ei. Ich hab doch nach oben geblockt. Yo. Okay. Jetzt bin ich tot. Alter, was ist das für ein Kerl, ey? Quick Chat. Kann mich einer retten? Okay, kann er nicht. Go Killer Info. Ging nicht. Okay. Na gut. Aber nichtsdestotrotz läuft es eigentlich relativ stabil jetzt. Ja, auch dafür, dass es eine Alpha ist, habe ich schon schlechtere Alphas gesehen. Ey. Warum kann er das machen? Okay. Hat der. Ja. Hau ihn um, hau ihn um. Komm, hau ihn um. Jawoll. Der kann nix, ey. Ha, ha, ha. Kill Assist habe ich bekommen. Aber egal. Er hat ihn umgehauen. Ah, Junge, Junge, Junge. Takedowns habe ich jetzt ein. So. Komm her, Schnucki. Oh, ich hab doch... Drück. Na, komm zurück. Oh. Alter. Ja. Ja. Nein, ich hab Ausweichen gedrückt. Oh, da kam noch einer. Das waren zwei Samurais. Die sogar gleich aussehen fast. Okay, zwei zu eins für die Blauen. Ich muss sagen, der Zwei-gegen-zwei-Modus macht mir noch mehr Spaß als der andere. Kann ich zu dem Lauf? Komm, ich laufe einfach mal da rüber. Alter. Alter. Jo, was macht denn er? Ja. Alter, Mann. Der eine war schon tot und dann musste ich irgendwie zwischen beiden hin und her wechseln. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Okay, gut. Aber du sagst, es ist der Zwei-gegen-zwei-Match. Können wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal spielen. Heute wollte ich mich ja eigentlich dem... Ach du Scheiße, schon sechs Minuten rum. Wollte ich mich ja eigentlich mal dem Vier-gegen-Vier-Modus widmen. Deswegen gehen wir mal auf Quit-to-Main-Menü, gehen dann auf Play und gehen dann mal Dominion Vier-gegen-Vier. Wir machen Spieler gegen Spieler natürlich. Wir wollen ja hier PvP starten. Und dann hoffe ich, dass die Liste hier schnell gefüllt wird. Ich glaube ja, dass das der... Also der richtige Spielmodus ist halt der Vier-gegen-Vier-Modus. Und die anderen beiden Modus, gerade das One-on-One ist halt, wenn man gerade mal so ein Match machen möchte oder so. Und das Zwei-gegen-Zwei ist halt auch ganz cool, um mit einem Kumpel einfach mal zu spielen. Aber ich glaube, der Vier-gegen-Vier-Modus ist dann schon das, was das Spiel dann ausmachen wird. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch eine richtige Story hat, das Spiel. So, wir joinen. Ah, es geht schon los, es geht schon los. Komm, wir nehmen wieder unsere Wikinger-Braut. Zwei, fünf, die anderen haben alles null, 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 null. Okay. Ah, jetzt können wir uns hier was aussuchen. Ready? Keine Ahnung. Ich drück einfach mal. So. Wir sind da. Von den Gegnern fehlen noch drei. The Ruth Matthäus. Bizay. Reezy FZ. Und Schockzug. Oh, 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 oh. Komm, Attacke hier. Was ist denn das für einer? Weg mit dir, Penner. Okay, einer läuft hoch. Laufen wir direkt zu A. Wir können ja nicht überall sein, ne? Weg mit dem. Warum sprinten? So, laufen wir mal hier oben. Oh, da oben ist einer. Ist hier noch einer? Kann ich das irgendwie einnehmen? Captured. Warum kann ich das hier nicht einnehmen? Was muss ich machen, um das einnehmen zu können? Brauche ich da erst B? Weil das ist ja A. Okay, gehen wir mal woanders hin. Das Spiel wirft noch so ein paar Fragen auf, finde ich. Da ist einer tot. Achso, ich bin ja bei den Roten. Alter! Eieieieieiei. Yo, 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 yo. Ah, nein! Von hinten. Ich wollte den Brat mit der Achse in den Rücken hauen. Und dann haut mich jemand anders kaputt. So, C wird umkämpft. B haben die Blauen. Ich dachte, man ist immer Blau und die anderen sind immer die Roten. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass die Gegner da von uns waren. Dass die Typen von uns die Gegner waren eigentlich so rum, ja. Okay, deswegen konnte ich eben das A da auch nicht einnehmen. Weil es mir ja quasi schon gehört hat. Kommt man hier irgendwie runter? In der Leiter, oder was? Okay, dann einmal ab dafür. Das geht flott. Alter, haben wir eine Armee, ey. Jetzt komm. Captured. Wir haben B. Okay. 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 Was will der? Laufen zu A. Komm hinterher! Oh, sorry. Aua! Aber man muss echt aufpassen. Man hat auch Friendly Fire an. Oh, die nehmen da hinten C ein, oder was? Okay, A haben wir. Komm hinterher. Hau'n oben! Alter! Oh! Fetter Wenkiger! Alter! Wow! Oh, die haben mich erwischt. Ey, den anderen haben die aber gut rausgehauen, ey. Guck mal, die sind jetzt bei, ähm... Ja, die bei 540. Geht aber schnell jetzt. Oh, Killer-Menü. Killed by Freezy. Okay, die haben jetzt alle drei. A, B und alles. Und los, komm! C, haben wir wieder. Oh, das wird knapp. Einer hat es zerlegt da vorne. Oh, ne? Oh. Hau'n oben! Ei, 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 ei. Alter! Fuckin' Ritter! Ei, 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 ei. Komm, Revenge! Oh, 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 oh! Nein, der wirft mich um! Block ihn! Ah! Kann mich einer heilen wieder? Klapp ihn doch um! Ach, geil, da kann man jetzt so rüberfliegen über die Map. Die alles angucken. Also, wir haben C, die haben A und B wird umkämpft. Ah, jetzt haben wir B! Geil, wir sind vorne momentan. Okay, komm, ich respawne einfach mal. Weil ich glaub nicht, dass mich irgendeiner hier... Ah, wenn ich Steuerkreuz nach links drücke, oder was? Dann kann ich jetzt laufen. Ah, das sind also meine Fähigkeiten. Okay, cool. Jetzt bin ich noch schneller. So, was geht denn mit ihm? Dann nach oben. Alter, wer ist das? Ich hab's gleich schon wieder hinter mir. Oh! Junge, Junge. Base Penalty 12 seconds. So. Ach, guck mal, der ist am Fighten. Aber wir haben's gleich, wir haben's gleich. Ich glaub, bei 900 ist Schluss, oder bei 1000? Ich glaub, bei 900. Junge, Junge, Junge. Okay, komm, ich respawne jetzt. Ey, ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Während man da am Fighten ist. C haben wir noch. Ich glaub, ich renne mal zu A. Weil jetzt gewinnen die ja, ey. So, komm, wir schnappen uns A, wir schnappen uns A. Ach so, der ist ja ein Böser. Yo. Hat er gut ausgewichen. Und drauf. Yes. Tschüss. Ha, ha, ha. Jawoll. Oh, wer ist das denn? Yo, 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 yo. Hoch. Hoch. Nein, 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 nein. Yo, das ging ja durchs Schild. Was für eine krasse Axt hat der denn? Okay. Okay. Okay, wir haben das Ding verloren. 12 Sekunden. Oh, was geht jetzt ab? Your team is breaking. Einer ist tot. Alter. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Alter. Oh, oh. Zurück. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Es geht nicht. Es ging nicht, Alter. Die Typen standen alle hinter mir. Oh. Der läuft nach hinten. Ach du Scheiße. Ich verstehe das, äh, das Prinzip aber momentan grad nicht so. Wer hat den jetzt da gewonnen? Der, der am Ende der 12 Minuten? Oder was? Enemy team is breaking. No respawn. No respawn. Äh. Wie läuft der da? Oh shit. Hallo? Was geht denn hier ab jetzt? Ja, das ist finsam. Du wirst rillett. Alle in der Schatten, die man spielen, wir hören. Hallo, Leute. Kann mich da einer retten oder was? Tactical View. Also, ich lieg ja dann da. No respawn. Oh, baby. Äh. Ach, die brechen jetzt da in das, in das Vorein, oder wie? Oh, jetzt haben wir sogar noch verloren. Ja, okay. Also, für noch eine Runde reicht's momentan nicht. Die Samurais, äh, sind durchgekommen und haben uns am Ende dann doch noch platt gemacht. Ich war auch, glaub ich, schlecht. Äh, ich hab jetzt gar nicht gesehen, wie viel es stand. Aber egal. Nächste Folge machen wir mal richtig Dampf im 4 gegen 4 Modus. Ähm. Schreib mir doch bitte in die Kommentare, welchen Modus ich noch zocken soll. Würde mich dann auf jeden Fall freuen. Aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich lade ich sie erst hoch, wenn die Beta schon, äh, die Alpha schon rum ist. Weil die geht nur bis zum 19. Und das ist morgen, leider. Ähm. Deswegen werdet ihr die Folge dann wahrscheinlich dann anders gesehen haben. Gut. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich werde einfach noch ein bisschen, äh, 4 gegen 4 spielen demnächste Zeit. Und ich denke, das ist am spannendsten. Also, bis dahin. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...